Hallo Leute, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Hier ein kurzer Überblick, was dieser Kanal so beinhaltet. In erster Linie kochen, kochen, kochen. Anfangs habe ich türkische Essen gekocht, extra für euch, die türkisch kochen wollten. Dann so Mitte, wo ich die ganzen Gerichte schon fast durch hatte, bin ich auf die Idee gekommen, dass wir doch Busfahrer haben, die auch ein bisschen füllig sind, nicht nur Busfahrer, natürlich auch andere Leute, egal welche Nationalität. Das betrifft uns, glaube ich, alle, dass wir alle übergewichtig sind. So, was kann man jetzt dagegen tun? Da bin ich auf die Idee gekommen, wir machen mal einen Kochkanal, wo es um Ernährung geht. Ernährung, Umstellung. Ja, wir stellen unsere Ernährung um und ernähren uns ketogen. Das heißt, Low Carb, keine Kohlenhydrate. Die Kohlenhydrate werden einfach weggelassen. So, und wie das alles geht, was da alles gegessen wird, könnt ihr, wenn ihr wollt, auf diesem Kanal euch anschauen. Und damit ihr nichts verpasst, wenn ich wieder neue Videos hochlade, die Glocke aktivieren, am besten auch noch abonnieren, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es heißt, Mehmet Oe ist wieder am Kochen. Ketogen. Ja, das ist unser Motto, ketogene Ernährung. So, viel Spaß auf meinem Kanal.